YouTube! Wir sind zurück im Suchtspiel Number One. Die Rede ist natürlich von Lords of the Fallen. Das Spiel, das wir alle lieben. Das Spiel, warum wir hier auf Twitch unterwegs sind. Alle wollen Lords of the Fallen. Hier ist Lords of the Fallen. Und wenn ihr live dabei sein wollt, Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten natürlich bewerten und kommentieren. Vielleicht überlegen wir uns mal wieder so einen netten kleinen Hashtag. Wie zum Beispiel Hashtag Krankenbett. Wie so auch immer. Die sehen echt übel aus, die Boys. Denen geht es echt mies. Und ich habe den neuen Farming Spot gefunden, der super mega OP ist. Und zwar dieser hier. Das ist der super mega OP Farming Spot. Denn es gab ja früher diese Farming Route, wo man Klumpen sammeln konnte, um seine Waffen zu verbessern. Und die Route hier ist besser. Die Route hier ist deutlich besser. Hier unten habt ihr direkt einen dicken. Hier oben habt ihr sehr viele kleine. Hier ist die Chance relativ hoch, dass ihr ganz viele Klumpen bekommt, um die Waffe zu verbessern. Also ich hatte hier... Ich habe wieder ein bisschen rumgefarmt aus Spaß, weil ich gerne Waffen ans Maximum treibe. Und ja, ihr könnt halt direkt pennen gehen, ne? Ihr seid wieder voll geheilt und könnt den Spießrutenlauf immer wieder machen. Das ist auf jeden Fall der neue Place to be, weil hier draußen ist direkt ein Dicker. Der gibt euch die großen Delarium, glaube ich, heißen die, ne? Delarium-Klumpen. Bam! Der gibt euch große und die anderen geben euch mittlere und der da hinten gibt euch sogar kleine. Ja? Also hier hat man den Spot. Der hier gibt kleine, der hier gibt große und die da oben gehen mittlere und da oben sind ja auch noch Schützen und sowas. Es gibt super viel. Das Problem ist, so in dem Spiel levelt man unglaublich schnell. Allein wenn ich jetzt hier so durchgehe, wie schnell du die 20.000 Kraft gefarmt hast, du levelst wahnsinnig schnell. Das ist so ein bisschen... Ja, es ist die Schattenseite an der Sache. Ich weiß es nicht. Für den einen Segen, für den anderen Schattenseite. Okay, die Tür ist zu. Gut, dann geht es hier nicht weiter. Also ja, jetzt geht man einfach wieder hier in den Stein, ruht sich aus, die Gegner sind alle wieder da, macht die drei, vier hier kaputt, macht den großen kaputt und das wiederholt man halt immer und immer wieder. Und ehe man sich versieht, ist man 40 Level weiter und kann eine Waffe auf... nicht auf Maximum, aber plus neun machen. Solides plus neun. Boah, klar, der eine Hund. Der kommt noch durch. Boo, Hund, boo. Da guckst du, ne? Und denkst dir so, oh mein Gott, hat der gerade die Hunde so hart vorweg gebämmst? Yep, hat er. Jetzt kamen wieder ein paar Patches raus, ne? Aber irgendwie... wurde hier nichts genervt. Alter, diese Waffe, ne? Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Weil sie schnell ist und du einfach mal so aus dem Nichts tausend Damage machen kannst. Hier so, putz. Putz. Die ist ultra OP. OP, na geht gar nicht mehr. So, guten Morgen, Twitch. Wie geht es euch? Seid ihr ready? Für unfairen Kram. Hm, erstmal daneben geworfen. Guck, guck. Nö, lass mal. Nö, lass mal. Nö, lass mal. Das Ding ist so OP. Also, wenn ihr wirklich richtig, richtig dreckig spielen wollt. So wie ich. Wenn ihr so spielen wollt wie ich. Also, schmutzig. Bisschen geht nicht mehr. Auch dieser Ring, ja? Dieser Ring, schaut euch mal. Ich hab jetzt erst zwar die Heilung aktiviert, aber schaut euch mal, wie schnell ich Leben regeneriere. Dieser Ring ist einfach nur Crack. So, wir sind hier in dem Labyrinth stehen geblieben. Hier liegt noch... Oh Gott! Oh, du schaffst es immer wieder. Ja, du bist auf dem Crack. Alter, ich bin noch nicht mal aufs Bein und werde hier schon verkloppt. Würde mir ganz schön stinken. So, Dankeschön. Eldenring oder Lords of the Fallen? Ich finde, das kann man... Ah, das kann man nicht so gut... Ich mag es einfach nicht, Spiele zu vergleichen. Das sind ja immerhin zwei unterschiedliche Produkte. Uff. Strahle, Max ist tot. Au. Au. Okay, das war ärgerlich, dass er das überlebt hat. Oh. Na! Macht jetzt bloß nicht so einen Move. Was mit dem hier? So, wo geht's denn überhaupt weiter? Das ist die große Frage. Wo geht's weiter? Das wissen wir nämlich nicht. Oder... Wir müssen das noch rausfinden. Ah, lassen wir hier rüber gehen. Noin. Na, hier unten waren wir schon. Dann haben wir uns irgendwie hier in diese Folterzentrale hochgearbeitet. Aber wo... Geht es denn so offiziell weiter? Alter, 2000 Damage. Der Hammer ist King. Ich hab das Schwert nochmal probiert, aber der Hammer ist einfach stärker. Der Hammer ist einfach... einfach King. Waren wir hier? Ja, hier waren die Betten und alles. Und die geschlechtslosen, hautlosen Leichen. Ah, die standen hier so zwischendrin. Da waren wir. Warte, hab ich so ein bisschen Diablo-Vibes, ne? Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, aber... Runter, hoch, hoch, runter. Die Orientierung in dem Spiel, ne? Oh, ne, hier waren wir auch. Das ist doch nur die Kathedrale. Nerv nicht. Hammer gegen Hammer. Wir haben beide dieselbe Waffe. Alter, wenn der Hammer trifft, ne? Ich häng irgendwo in der Ecke. Ich komm nicht weg. Ich kann mich nicht bewegen. Bong, 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 bong. Der wahre Feind bleibt immer noch die Kamera. Da hinten liegt noch irgendwas rum. Die Mother F, die. Kleine Klumpen. Och, nö. Ich hab wieder so einen Spieler, der wird mich jetzt so abrasieren. Hat er geschossen, oder waren das NPCs? Och, noch ein Chinese, Alter. Noch so ein irrer Chinese. Boah, schaut ihn euch an. Alter. Boah. Boah. Oh, ich hab die Chinesen besiegt. Ja. Die zählen neunfach. Jeder weiß, die Chinesen haben neun Hände. Äh. Boah, 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 boah. Waren wir hier schon? Ja doch, das ist die Küche. Da haben wir doch angefangen. Okay, da haben wir schon angefangen. PvP-Raits, ha? Ey, die Gegner im PvP sind aber auch übel, ne? Die sind aber auch wirklich hardcore übel. War ich hier schon? Ne, das kommt mir so, so neu vor. Was macht der hier? Er ist am Spannen. Er ist so ein kleiner Spanner. Au. It's a trap. Wow. Dankeschön für 100 Bits. Alter, Bits am Morgen. Das ist mein Kaffee. Okay. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Na, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich so ein Ding hier nehmen. Naja. Nimm doch hier so einen Klumpen, Kumpel. Dankeschön für die 100 Bits. Da hinten ist irgendwas. Ist das einfach nur Deko oder ist das ein geheimer Weg? Alter, dankeschön. Danke für deine Videos und Streams. Meister proper, dankeschön zurück. Ein Dankeschön zurück. Alter, schaut euch das an. Das war ein Headshot und... Bamm. OP. Absolut OP. Absolut OP bis zum... Geht nicht mehr. Steht einfach so ein Dude rum. Moment. Nö. So, ihr hässliche kleinen Gebetsfreunde. Auch von der anderen Seite. Hier habe ich ja richtig Resident Evil. Alles ist irgendwie verschlossen von der anderen Seite. Achtung. Dreh nicht durch. Dreh nicht durch. Easy. 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 Hier ist aber nichts mehr, oder? Nö. Ob ich Cyberpunk schon fertig gespielt habe? Ne. Ich habe einen neuen Rechner und hatte noch gar nicht die Zeit, das alles wieder zu installieren und runterzuladen. Aber ich will es noch durchspielen. Aber ich habe mich so lange auf Spider-Man 2 gefreut, dass ich einfach Spider-Man 2 zocken will. Da hängt einfach zu viel Passion dahinter bei Spider-Man 2. Aber Cyberpunk will ich mir auch noch angucken komplett. Weil das schon eine geile Thematik hat. Aber ich muss es erstmal wieder runterladen. Ich muss erstmal wieder den ganzen Kram runterladen. Weil Quantum hat jetzt meinen geliebten, wirklich sehr, sehr geliebten PC, den ich davor hatte. Der war einfach geil, der PC, weil er auch so schön leise war. Ich finde, die modernen Rechner sind alle so laut. Der war richtig schön leise. Der war richtig schön sneaky. Das habe ich sehr geliebt. Weißt du, ich habe hier eine Wasserkühlung und alles drin. Trotzdem ist das irgendwie so ein lauter PC. Ich habe den jetzt zwar ganz gut eingestellt. Ah, von der anderen Seite. Das Spiel kann man, glaube ich, auch offline spielen. Ja, ich glaube nicht, dass du online sein musst. Und, okay, das geht mal auf. Und deswegen habe ich alles jetzt mal neu installieren müssen. Ihr wisst ja, wie das immer so ist. Au. Dauert alles gefühlt ewig. Hör doch auf. Alter, die Waffe. Die Waffe. Das ist ein richtig starker Gegner. Strahlende Pfeile. Ja, und dementsprechend muss ich alles mal neu installieren. Und die Spiele sind halt alle so riesig. Und bei mir in der Gegend, im Büro, ist das Internet halt immer noch nicht geil. Ich habe halt einfach nicht das Glück, dass ich hier in der Gegend geiles Internet habe. Maybe bald Glasfaser im Haus. Aber was ist halt bald, ne? Wir haben uns darauf beworben. Der letzte Stand war, ist durchgegangen. Hier bekommst du Glasfaser, ja? Hat man uns dann gesagt. Aber wann, ne? Wir leben hier in Deutschland. Wenn die bald sagen, kann das, kann das, keine Ahnung, zehn Jahre sein, ne? Das ist in deutscher Zeitrechnung bald. Wann? Ja, demnächst. Wann ist denn das? Ja, so in zwischen drei und 17 Jahren. Vielleicht bin ich da schon tot. Ja, haben sie Pech. Dankeschön, Duke Raptor. Wow. Irgendjemand von denen hat einen Parasite. Alter. Dieses Umschruppen vom Hammer ist so episch. Dann hat mein Sohn wenigstens Glasfaser. Ja, ja. Das ist eine Investition für den Sohn. Mann, Deutschland, du. Du machst mir Magenschmerzen. Schweiz war besser. Schweiz war besser. Dafür brauche ich Abt-Schlüssel. Ja, Deutschland ist halt einfach so ein unglaublich zähes, langsames Land. Aber dann können sie auf einmal wieder alles so von heute auf morgen machen. In einigen Dingen, ne? Das ist halt auch irgendwie alles nur eine Ausrede. Boah, hier gibt es echt wenig. Umbrella-Shit, ne? Sehr, sehr wenig. Drüben ist ein Feuerchen. Boah, 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 boah. Boah, nee, komm schon. Ach, und dann kriegst du auch direkt einen Schlag, weißt du? Ah, ah. Was? Was? Nein. Boah. Jetzt schmeißt... Ach Gott. Und hier oben hänge ich auch noch fest. Dankeschön. Sneak. Alter, ist das eine miese Falle wieder gewesen, ne? Boah. Ist mir beinahe nach hinten losgegangen. Dankeschön für die 100 Bits. Ja, es ist halt... Ich meine, ich bin ja nicht mal wirklich auf dem Dorf, weißt du? Ich könnte es ja verstehen, wenn ich... Damals, ich hatte... Ich hatte meine Ex-Freundin, die... Oh, warte mal. Die hat in einem... Die hat wirklich in einem Dorf gewohnt. Namen kann ich natürlich jetzt nicht nennen, aber es war in der ehemaligen DDR. In Thüringen. Und die hat in einem... Oh Gott. Und die hat in einem Dorf gewohnt. Da haben, ungelogen, 25 Menschen gelebt. 25 Menschen. Ja? Nicht 250, ist ja noch fast Luxus. Nein, 25. Faith, Lover, Hope. Was für ein positiver Name. Dankeschön. Und das Verrückte ist... Sie hat dort gewohnt. Ihre Mutter. Dann ihr Onkel und ihre Tante. In einem Haus. Ja? Da sind wir bei fünf... Äh, vier. Vier. Vier Menschen. Von den 25. Dann... Gegenüber... War das nächste Haus. Da war der älteste Sohn der Schwester drin. Mit seiner Frau. Und einem Kind. Sind wir schon bei sieben Menschen. Und dann... War... Also der älteste Sohn der Tante. Nicht der Schwester von ihr, sondern der Tante. Und dann... Ein Stück weiter runter. Das war also nur ein Straßenstrich. Ja? Also ein Abschnitt von der Straße. Wo man einfach durchfahren konnte. Dann war Wald. Und Wald. Und vier Kilometer weiter kam dann der nächste Ort. Ja? Und ein Stück weiter runter diesen... Diesen Stück Straße. War der andere Bruder der Tante. Der aber Single war. Also acht Menschen von den 25. Waren schon ihre Familie. Das nenne ich ein Dorf. Weißt du? Das ist ein Dorf. Das ist wo ich sage... Okay. Gut. Verstehe ich. Dass man sagt. Da ist die Priorität nicht hoch. Es tut mir leid. Die armen 25 Menschen. Ne? Dass sie kack Internet haben. Aber ich... Ich kann es irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Weißt du? Da hat man so ein bisschen Verständnis. Alter. Was geht denn hier ab? Dankeschön. Prank, Huber und... Sönke. Psst. Es hört nicht auf. Okay. Moment. Was ist hier? Oh. Hier ist eine Leiter. Psst. Aber hier unten war ich schon. Und jetzt gibt es wieder Bit-Duelle. Lasst euch nicht stören. Tobt euch aus. Ich glaube hier drüben ist ein Boss. Fühlt sich so bossig an. Wir ruhen uns mal aus. Ja, aber weißt du, da habe ich noch so ein bisschen Verständnis, wenn es dann heißt. Ja, guck mal. Na. Psst. Hey. Internet ist gerade nicht so gut. Was? Schulden sind zwei Bosse. Boi. Boi. Alter. Oh. Okay. Was macht die hier? Au. Aim okay. Die bewegen sich auch noch. Das ist... Das ist freudig. Lass mal gut sein. Alte Truller. Boah. Okay, die ist... ...down. Vielleicht. Eventuell. Boah. Spaß. Warte, 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 warte. Da muss ich erstmal einen kleinen Healy-Snack nehmen. Psst. Hey. Dankeschön für die ganzen Bits. Ich kann aber gar nicht gucken. Ui. Okay. Okay. Au. Na, warte, warte. Nein. Hauf. Hauf. Ah. Jetzt. Tag-Team oder was? Die. Die. Flegel der Weisheit. Kann man machen. Alter, dankeschön. Faith, love, hope. Du gibst mir wirklich... Faith, love und hope. Der Mann hat irgendwie eine Bank ausgeraubt. Dankeschön. Wir ruhen. Das ist mein Sugar Daddy. So sieht's aus. Habe ich einen Schlüssel bekommen? Psst. Hey. Der Mann schiebt mir die Bits hinten und... Und vorne rein. Psst. Hey. Alter, was? Sönke? Was ist das für ein Krieg? Wann Podcast? Bald. Bald. Der Umzug war halt doch aufwendiger, als wir alle dachten. Psst. Hey. Für Lord Baron Quantum. Ey. Hier gehen Dinge ab? Dankeschön. Ah. Mag dich nicht. Ah. Go away. Boah, diese Welt sieht so geil aus, ne? Diese Umbral-Welt. Ich finde das schon extrem nice. Also von der Optik her. Das ist schon ultra geil. Easy, pal. Easy. Was ist das hier? Schädel. Ey. Die ewige Feind. Das Anvisieren. Der Hammer ist doch nicht so... so... reichweitenstark, wie man denken mag, ne? Man sieht dieses Ding und denkt sich so... Hey, es muss doch eine Menge Reichweite haben. Schau dich mal diesen riesigen Hammer an. Ist aber nicht so. So, mal ganz kurz hier ein bisschen nuckeln. Ich habe so ein bisschen am Inferno-Schwert... rumgemastelt. Weil es gibt ja dieses Inferno-Schwert, das löst Explosionen aus. Aber dafür brauchst du halt viel Inferno. Da müsste ich komplett umskillen. Aber das soll ja auch extrem geil sein, dieses Inferno-Schwert. Vielleicht mein New Game Plus-Schwert. Okay, okay. Au. Wow. Alter, macht ja viel Damage. Okay. Okay, die Ecke ist mies. Dankeschön für den Sub. Äh, wau, 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 wau. Ah, diese Katze. Die können einfach durch diese Ecke schlagen. Okay, ich brauche Heilung. Was war das? Ach, ne, 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 ne. Ich sehe mich da schon runterstürzen. Gewandt des heiligen Widerhals. Cool. Und... Heiliges Triptychon. Okay, jetzt könnte ich hier runter. Aber was... Ist das wichtig, hier runter zu gehen? Ist das... Ist das wichtig, hier runter zu gehen? Hm. Moment. Warte mal. Ja, hier drüben bei der Boss. Ah, hier ist nochmal irgendwas zu holen. Und hier geht's auch nochmal lang. Ey, das Spiel ist so groß. Es ist so echt verdammt groß. Aber laut den Kommentaren auf YouTube übersehe ich irgendwie eh 100%. Du hast schon alles übersehen. Einfach alles. Das ist halt auch so verdammt groß. Wie willst du denn da auf Anhieb auch wirklich alles finden? Verbesserter, verfluchter Pfeil. Oh, oh, oh. Wäre fast runtergefallen. Steckt hinter dem Game ein großes Studio. Nein. Oh, was war das denn? Klettert einfach hier hoch. Hinter dem Game steckt interessanterweise kein großes Studio. Oh, oh. Oh, zwei große Klumpen. Da kannst du nicht motze. Da kannst du nicht motze. Das kannst du nicht schäfschwätzer. Achtung. War hier nicht auch noch irgendwo Loot? Ah, das hat mein Problem. Der Chef ist da. Okay, ich dachte, ich würde es überleben. Egal, da unten liege ich gut. Da unten liege ich gut. War, ist immer noch alles im Rahmen meines genialen Plans. Balu, guten Morgen. Der Sumpf ist das größte Gebiet. Boah. Schwer zu sagen. Müsst hier unten jetzt nicht mal eine Leiche liegen? Oder ist hier eins oben drüber? Hm. Ich dachte, ich würde nämlich hier direkt quasi da landen. Obwohl der Boss war. Aber ich glaube, ich liege da oben. Ah, ich bin hier gelandet. Wie komme ich hier hin? Wie komme ich hier hin? Kann man von der Seite schon mal nicht öffnen. Also ich könnte noch mal hier ins Umbrella gehen. Die armen Schweine. Geil, noch mal ein großer Klumpen bekommen. Nee, es ist schon da drüben. Wir müssen da wirklich irgendwie noch mal hoch. Hm. Tja, da führt kein Weg dran vorbei. Dann, let's go nach oben. let's go nach oben. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss in die sexy Welt. Da war zu viel Kraft, wo mir sonst flöten geht. Autsch. Oh, wow. Ach, mach ihn tot. Nein, mach ihn tot. Mach ihn. Tot. Autsch. Immer noch einer der miesesten steht im Spiel. Ja, aber müsste ich hier jetzt nicht liegen? Bin ich hier nicht runtergestürzt? Ah, wahrscheinlich liege ich oben. Weil wenn du durch einen Sturz stirbst, denkt sich das Spiel A, lass ihn lieber mal oben seinen Kram holen. Dann würde ich noch mal den Hammer-Dude töten. Boah. Jetzt schammt erstmal hier schön den Tod. Waren wir auf der Seite schon? Ja, schlimm. Dann haben wir, glaube ich, die Kamera... Dann haben wir auch irgendwas geerntet, ne? Alter, geht's da weit runter. Au. Wo sind meine Seelen? Ich hätte sie so gerne. Da kommen sie, die Schweine. Die Ragdoll-Effekte liebe ich in dem Spiel. Kitzermann, danke schön. Bah. Alter, das Ding. Schaut euch das an. Das ist einfach nur... Au. Ach, kack. Mist, Vieh. Das ist einfach nur abartig, ne? Das ist einfach nur abartig, was das Ding an Damage rausballert. So, ich bin hier runter. Irgendwo hier muss doch meine Kraft liegen. Sag mir nicht, die ist verschwunden. Das wäre ja richtig Betrug. No, da ist sie. Thank you very much. So, und jetzt ist halt die Frage, wo geht's weiter? Wie komme ich jetzt hier wieder dahin, wo ich hin muss? Hier drüben gibt's keinen Weg, ne? Wie komme ich hier wieder weg? Das ist die große Frage. Pizzamann ist auch schon acht Monate hier. Krasser Typ. Ah, hier ist ne Leiter. Jetzt seh ich die endlich. Hab ich davor nicht gesehen. Alright. What is this? Sag mir, hier gibt's Klumpen ohne Ende, so. Gegner droppen, Klumpen. Und es liegen auch einige sexy Klumpen rum. Waren wir hier in dem Raum drin? Ich glaube, ja. Also müsste es ja jetzt hier weitergehen, in die Richtung, ne? Da hinten ist auf jeden Fall etwas Geläutertes in der Ferne. Ah! Jetzt bin ich schon wieder auf dieselbe Reise. Das war dieselbe, ne? Come on! Oder müssen wir doch in die Kathedrale reinspringen? Müssen wir doch hier in die Kathedrale reinspringen? That's the question. Immerhin hat man ja dann hier so ein bisschen Abkürzung. Oder auch nicht. Ah, let's go. Okay, das ist was Neues. Alter, das Ding ballert den weg, ne? Ah, machst du gar nichts, Kumpel. Gegen diesen Hammer hast du keine Chance. Ich bin irgendwie extrem der Hammermann, ne? Alles ist Hammer. Alles ist Hammer. Auch die Kleinen müssen sterben. Hm. Wie einen leckeren Klumpen. Warum hat dem gerade Schaden bekommen. Ich höre hier noch Dogos. Was hörst du? Steintchen. Gott sei Dank sind die alle hier so am pennen. Eigentlich voll die netten Leute. Aber dann komme ich und störe sie bei ihrer Mittagsruhe. Gute christliche Menschen werden belästigt von mir. Was fällt dir ein? Der will einfach hier sich hinkriegen und losbeten. Die perverse Sau. Ich wusste, dass es einkracht. Das ist so was, wo die Entwickler wieder da stehen und sich sagen, ha, ha, ha. Edgy Badge. Ich hoffe, du hattest wenig Leben. Das war so lustig. Naja, würdest du nicht auch jemanden angreifen, wenn du gerade fröhlich vor dich hin betest und auf einmal kommt da so jemand und kloppt mir im Hammer durch deine Bude. Ich meine, wer wäre da nicht angepisst? Wer wäre da nicht sauer? Ne? Da denkt man sich doch auch so, ja, komm. Blöde Sau. Machst da gerade deinen Mittagsschlaf und dann kommt so ein Typ und überall hörst du nur Gong, Gong, Gong. Guck die hier, die sind doch nur fröhlich am Beten. Wir beten die Mutter an. Bitte lass uns. Nö. Nix da. Nix da. Hier darf niemand irgendwas. Ich sag, du musst weg. Und wenn ich das sage, dann ist es Gesetz. Hier in Lords of Fallen stehe ich über dem Gesetz. Bam. Au. Respect. Re... Musst du mich jetzt nochmal da runterprügeln? Au. 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 Muss doch nicht immer alles gleich so böse eskalieren. Das war schön die Pixel aus der Fresse gebürstet. Nicht mal in Ruhe beten darf man. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ruhe und Frieden gönne ich denen einfach nicht. Man kann ja auch Headshots werfen, ne? Kriege ich einen hin? Ja. Das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft, die Waffe. Es ist so grenzenlos widerlich. Moment mal. Ist das einfach nur die Tür oben jetzt? Kraftstoß-Pergament. Was ist denn ein Kraftstoß-Pergament? Es gibt ja irgendwas. Ich glaub einen Ring, ne? Der Wurfgeschosse noch stärker macht. Okay, da steht irgendeine Alte rum. So, wieder Glöckchen. Ah, warte mal. Ich muss grad mal hier die Flasche aufbekommen. Trinken ist wichtig, liebe Kinder. Biegsam. Das ist aber nicht der echte Biegsam. Das ist nur der Biegsam-KI-Bot. Dankeschön. Ah, das ist nochmal extra eine Tür. Was macht ihr so, Jungs? Was schreibt ihr so Cooles? In eurem Gebetszirkel? Ich mein, das sind doch echte Typen. Die tun doch nichts. Die tun doch niemandem weh, oder? Oh. Da bete ich aber mal mit. Was lohmert... Ah! Ah! Wohin besierst du denn? Ach Gott, jetzt bin ich sowas von tot. Obwohl... Gehen wir es hin? Überhaupt, das da hinten dran zu visieren. Ha! Alter! Double Reaper. Alter, dankeschön. Was ist denn heute los? Habt ihr irgendwie... Gab's heute Gehalt? Dankeschön. Biegsam. Erstmal schön lecker, heilige Quintessenz. Bringst du von dem Game nochmal etwas auf YouTube? Habt das Game richtig gefeiert? Dieses Game hier, das läuft als Let's Play auf dem Zweitkanal. Auf Kanal 2 kannst du dir alles gucken an. Gehalt gibt's erst Mittwoch. Diesen Mittwoch. Was sind das für komische Zeiten, wo man sein Gehalt bekommt? Also zu meiner Zeit hat man sein Gehalt irgendwie Anfang des Monats oder Ende des Monats bekommen. Aber okay, das ist schon wieder Ende des Monats. Aber auch irgendwie knapp Ende des Monats eher. Freitag kommt Gehalt. Vorletzten Tag des Monats. Also ich bekomme mein Gehalt meistens am... 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 Am 10. Und von YouTube bekomme ich mein... Also ich bekomme einmal ein Gehalt von einem Netzwerk, wo ich halt auch echt am überlegen bin, ob ich aus dem Netzwerk einfach raus soll, weil... Keine Ahnung, was Netzwerke heutzutage noch bringen sollen. Die Dinger nerven irgendwie auch nur. Und von YouTube bekomme ich mein Gehalt... Meistens so am 20. Das ist... So you still live? After a fashion, Revenant. This threshold will mean nothing to you. Yet it was once forbidden for any man to set foot on the grounds of the Abbey. Just one of the many edicts to crumble with the orders collapse. Still... I hesitate to trespass. But our Immaculate Lady waits beyond. So trespass, I must. Judge Cleric cannot know what's become of her hallowed Sentinels. Or the land we were sworn to protect. She would never allow such atrocities to be committed in her name. I just need an audience with her. When she knows the truth, she'll purify the Order. And the Rogar can finally be driven from this holy soil. Pietar is certain of your role as a servant of Aureus' will. I've yet to see enough to believe that. But I'll admit, there's time yet. Oh. Die Verkunftsachen. Uff. Die Max-Munition. Was da nicht alles gibt. Ja. Ja. Heilige Granate. Our Immaculate Lady will bring Redemption. Was zu verkaufen. Hier. Hier. Ganz viele hiervon. Da hat sich doch wieder ganz viel Schmutz angesammelt. Schauen wir mal, was da oben ist. Turm der Buße. Ups. Das war jetzt schon mal ein richtig schöner Fehler. Was bist denn du für einer? Gesegneter. Alter, den mach ich ja mit meinen Wurfwappen. Die Dinger sind einfach zu OP. Okay. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das war aber noch nicht alles, oder? Da kommt der wieder. Hallo? Gibt mir noch eine Lebensanzeige. Da kommt ja sogar wirklich wieder. Kommst du nochmal wieder? Stab des Aasritters. Helm des Aasritters. Die Klasse, die du am Anfang wählst, ist nur am Anfang wichtig. Danach ist es völlig egal. Du kannst im Endeffekt dich umskillen, wie du willst. Was haben wir hier drüben? Ist der noch am Leben? Der sieht so lebendig aus. Geflochtener Ring. Da ist noch ein Feuerchen, das geläutert werden muss. Karte des Turms der Buße. Ich glaube, das ist in die andere Richtung, ne? Das muss aber auch immer noch hier zu dem Gebiet gehören. Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Ha, interessant. Wie komme ich denn da rein? Das ist irgendwo da hinten. Da ging es ja auch noch weiter. Ach, auf dem Turm. Ja, das ist auch noch ein Leuchtfeuer. Aber wie komme ich denn da hin? Hm. Jo, muss jetzt nicht sein. Ich denke mal, da geht es zum nächsten Leuchtfeuerchen. Putz. Alter, das ist so eine üble Waffe. Au. An dem Turm ist ein Aufzug. Das ist eine schöne Gegend. Das ist eine echt schöne. Also ich finde, das Spiel ist auch richtig hübsch. Ich finde, das Spiel ist hübscher als Elden Ring. Also optisch gefällt mir das Spiel besser. Also wenn ich jetzt so einen optischen Vergleich ziehen müsste, finde ich, sieht das Spiel irgendwie hübscher aus. Was ich aber bei Elden Ring wieder finde, ist, dass die Gegner vielfach höher sind. Also die Gegner, die Elden Ring hat, da gibt es ja so viel und auch so abgedrehte. Da kommt es noch nicht ran. Weil sie auch dieses eine Thema halt hier so ein bisschen haben. Diese Roga oder wie die heißen, ne? Ist das ein Boss? Ist das ein Boss? Jo, Boss! Er kann einen super Abbläser. Wow! Da gibt es erstmal Dingeling. Au! Boah, Alter! Der Super Laser. Bist du hin? Alter, der tut richtig weh! Der nuckelt aus seinem Nuckelkelch und... Wow! Nerviger Dude. Jeiks! Jeiks! Nicht schlecht. Klar, musst du dich jetzt wieder direkt verpieseln. Was? Der kann sich auch noch komplett vollheilen? Wo ist er hin? Immer noch da drüben. Bam! Bam! Oh, Mann. Er schlappert wieder! Schlappertrunk! Ursula! Sie schlappert... Schlappertrunk! Schlappertrunk! Woh, 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 Woh Was ist ne Motze hier drüben? Was ist das für ne Gebetsische? Alright. Gibt's hier irgendwo... Nice. Überreste von Rosamund. So, der Chat meint, hinter dem Turm ist ein Aufzug noch. Vielleicht mal gucken. Hier geht's bestimmt nicht durch. Ne. Ah, du schon wieder. Dich gibt's immer noch. Ich dachte, mit dir werden wir durch. Bam. Der Hammer der Gerechtigkeit ist einfach nur... Das ist einfach so ne unglaublich starke Waffe, wie ich finde. Ich könnte jetzt schon vielleicht wieder genügend Klumpen haben, um mal halt das schwer zu machen. Da müsste ich halt komplett auf Inferno umskillen. Das wäre eigentlich eher was für ein Mage. Da könnte ich auch mit Magie anfangen. Was hält die bessere Magie? Strahlen oder Inferno? Ich hab irgendwie das Gefühl, strahlen. Der Parasit kann dir nicht helfen gegen den Hammer der Gerechtigkeit. Sind beide gut. Ja, aber wenn ich... Wenn ich... Also im PvP, ne... Da sehe ich eigentlich nie jemanden, der Inferno spielt. Sondern immer strahlen. Immer strahlen. Und richtig dicke. Wams. Oh Gott, was ist das hier für ein Bomber-Tunnel? Alter, die Gizz-Magie. Sind das Handabdrücke? Als ob. Oh, es killt die nicht mal. Oh, es killt die nicht mal. So, Gizz-Mage. Dankeschön. Klar, aber man will ja auch hier immer wieder experimentieren. Ich finde das geilste an diesen Spielen ist, dass man halt so schön... Hier seine Schadenswerte halt aufpumpen kann. Das ist halt schon cool, ne? Also ich finde das immer richtig witzig, wenn dann irgendwann... ...zu Gott-Builds hast. So geil, dass ich dich damit richtig umschrubben kann mit dem Hammer. Oh, stimmt. Es gibt ja noch die Umbrella-Magie. Oh, ne. Oh, ne. Och, nö. Das kann man nicht verwenden. Alter, wie unfair das ist. Er kommt als... ...fresh Dude rein. Ne, ich bin schon voll... Ich bin schon halb tot quasi. Au. So. So, wo ist der Gegner? Na klar. Ah. Was macht der denn jetzt? Ah. Oh. Oh. Was? Was, Alter? Die Doppelklinge. Was hat denn der für eine Maske an? Was hat der für eine Rüstung? Ich... Ich sag ja, Magie ist... ...pornorös. Die Maske des Lords. Ist die gut? Ist die ultimative Waffe? Maske? Ach ja, du warst ja auch noch hier. Bam. Bam. Boah, natürlich. Muss nochmal zuhauen. Kollege. Aber Logo. Treffe ich die? Haha. Okay, da treffe ich sie aber nicht. Rauf. Okay, der Parasit heilt sie doch ganz gut. Was droppen die eigentlich? Nichts Gescheites. Okay. Man muss die Bombe nur leicht berühren. Ist schon am Sack. So, jetzt erstmal wieder hier zurück. Da oben wird sich gefetzt. Ich muss auch mal meine Dinger hier wieder upgraden. Meine Heilung. Das würde auch schon jetzt wieder gehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, du alte Gebetsomma. Oh. Wer haben wir denn hier? Das war doch auch ein Boss. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Bosse hier so als Standard-Pups-Gegner alle wieder aufkreuzen. Ich wette auch eben gerade die Gebetstuse, die wir da gerade als Boss hatten, die kommt auch wieder. 100 pro. 100 pro. 100 pro. Aber sie mag ich, denn wir sind... What? Mützenschwester im Geister. Autsch. Oh, Mist. Da liegt noch irgendwas rum. Ach, das ist eine Anfangsrüstung von einer Klasse. Und hinter mir kommt die Billo-Armee. Immer noch mit einer der nervigsten Gegner. Das ist auch irgendwie... Der hat den massivsten Helm im gesamten Spiel an. Der ist richtig buff, der Helm. Von der anderen Seite. Gehen wir mal nach Hause. Lysilia. Dankeschön. Die hier. Die Abbeinung ist der einzige Haus, die ich noch nie gesehen habe, außer der Orphanage. Es tut mir leid, dass es jetzt sehen. Wie es tut mir, dass meine blöden Brüder und Schäuern, die in den Hallen und Städten, die in den Hallen und in den Hallen sind. Aber ich nehme mir, dass die Heilung endlich aufhören, für alle. Außer, die, die diese Verkaufnahmen haben. Die Heilung ist weiter, Lamp-Bear. So, jetzt haben wir schon mal bessere Tränke. Sechs Stück haben wir jetzt. Was ist da am Maximum? Zehn? Apropos, wo war der nochmal hier auf der Seite, ne? Das Buch will er immer noch. Das ist eine richtig schicke Rüstung, die hier. Helm, der Vorhut. Aber der kommt halt auch nicht an meinen Helm ran. Aber das ist eine richtig geile Rüstung, dieser Vorhutkram. Ist gar nicht mal so kacke, die Rüstung. Auch wenn sie ein bisschen schwächer ist, was die Schadensminderung angeht. Aber dafür hat die echt gut Widerstände. Bayern-Spitzel. Dankeschön. Ah ne, ich hatte ja... Äh, in die Abtei muss ich ja gar nicht. Ich muss ja zu meinem... Zu meinem Samen. Zu meinem Setzling. Kranke Sau, du. Freak, Alter. Absoluter, absoluter Freak, wie er da steht und sich einfach abgeißelt. Kleinen Edds-Viecher will ich alle weghaben. Wer stöhnt denn hier so ab? Wer ist denn hier so hardcore am stöhnen? Schön daneben geworfen. Dung. Was stimmt denn hier so? Die Schwestern hier? Ist Beten so anstrengend? Verbesserte Granate. Ist die Granate denn empfehlenswert? Ist die geil? Bock die? Au. Wer stöhnt hier so? Glocke des heiligen Widerhals. Äh, äh, äh. Ist auch ein geiler Hut, ne? Passt halt gut zum Hammer. Äh, äh. Glocken, Mann. Okay, wer stöhnt hier so rum? Die hier, oder was? Die hier, oder was? War's das jetzt? Ach, das ist die da. Die stöhnt. Du bist die Stöhnerin, glaube ich. Du bist die Stöhnerin, glaube ich. Nämlich ein Wahnsinn. Hauptfeldwebel, solide. Aber hungrig. Ah, so ne Todesfee. Raup. Mit dem Todesschmalz. Achtung! Die überleben wirklich Hammerschläge, die Boys. Respekt! So, too, do I relinquish my past entire. For I have been reborn in the light of our Eternal Lady, and proven myself worthy of being counted amongst the ranks of her Blessed Servants, the Hallowed Sentinels. To her, and our holy work, do I commit my blood, my life, my future, and my soul. In radiance of judgment. Wie war es eigentlich diese Reste gut? Ist das irgendwie, wenn man alle findet, ein Secret Ending oder was macht man mit den Dingern eigentlich? Das weiß ich nämlich immer noch nicht. What? Man kann hier rein, aber hier ist nichts? Ah doch, hier. Und eine Leiter. Boss Item Währung. Ich dachte eben gerade, die Motte da unten wäre lebendig. Hm. Hm. Der Feldwebel, der im Hub verschwunden ist. Du meinst, der Typ, der Sachen verkauft? Ich glaube, den haben wir eben gerade getroffen in der Nähe von dem Turm, oder? War das der nicht? So. 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 Hier wieder hoch. Jetzt habe ich hier Weg. Vorsicht. Vorsicht. Durch diese Zwischenwelt haben die halt ein sehr verwinkeltes Spiel gemacht. Das Spiel ist halt sehr verwinkelt und sehr verschachtelt. Babams. Maske des verdorbenen Kindes. Gewand des verdorbenen Kindes. Irgendwas für Mages, ne? Die sehen aber immer geil aus, die Sachen, finde ich. Adelig. Verdorbenes Kind. Muss auch irgendwo oben sein. Verdorbenes Kind. So sieht man als verdorbene Göre aus. Sexy, was? Richtig, richtig sexy. Oh, guck mal hier. Ich zeig sogar Bein. Klar, die Maske fehlt noch. Die müssen wir uns auch noch angucken. Ich finde, also, Skin-mäßig gibt's schon geilen Scheiß hier, oder? Die Rüstungen und so, die sehen schon geil aus. Das hier ist auch richtig nice. Das Ding ist das massivste, was du, was du haben kannst. Das hier ist das zweitmassivste. Bams. Bams. Oui. Elegance. Aber wer schönt hier denn die ganze Zeit? Das haben wir irgendwie immer noch nicht aufgeklärt. Hauptweltwebe, die schlafen ja auch alle noch, die Leute. Wir sind eine Lurk-Community. Wir lurken hier so ein bisschen rum und schauen dem Amateur bei der Arbeit zu. Und so ist es immer gewesen. Lurk for life. Das ist unser Motto. ganz nach dem Motto, schreiben können auch die anderen. Ah. Das ist doch der Typ aus der Bastion, der auch Händler ist. die Einhell- unfollow- ASH-Ab, die sich die Schäfer-Umbrunner beurteilen, die sich aus derimsischstehenden, in derятьgert werden, die ihrer König, der sich von der Glistie, Hauptfeldwebel, warum bist du denn so ein Voyeurist? Ich unterhalte mich gerade mit diesem Gentleman-Vibe. A long time ago. Dankeschön für die 100 Bits. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich jetzt den Hammer ziemlich nice. Jetzt habe ich mir den Blaze-Seal schon sehr gewöhnt. Auch noch heißen Stuff, ne? Helm eines heiligen Ritters. Our Immaculate Lady will bring Redemption. Klar, noch Puls- und Herzschlagmessung, vielleicht auch noch davor eine Sperma- und Urinprobe, ne? Hammer des ketzerischen Wächters. Code natürlich für dich, Skior. Ich weiß ja, wie sehr du auf Code stehst. Dann war sie die Stöhnerin. Aber wo geht's jetzt hier schon wieder lang? Oder sind wir hier fertig? Nein, hier können wir nicht fertig sein. Das ist not possible. Hier kann man immerhin Samen hinlegen. Ah, hier geht's weiter. Was war das jetzt schon wieder? Was war das jetzt schon wieder? Bam! Die schminkt als fällt hinterher, die alte. Mann ist hier am Schreien. Aber schon irgendwie sexy. Die würde ich mit nach Hause nehmen. Das ist genau meine Sorte Frau. Guck mal, hier hat doch direkt schon jemand Guten Morgen. Die Leute sagen doch, hey, ich bin jetzt gerade am Frühstücken. Ich meine, wir haben halt eine Community, die ist geboren aus YouTube. Und YouTube-Menschen, die wissen generell nicht, wie man kommentiert. Die sind es auch gar nicht gewohnt. Interaktiv und sowas. Das ist für die einfach ungewohnt. Bei YouTube, da klickst du auf dein Video. Dann startet das. Dann lehnst du dich zurück. Und dann quatscht dir jemand halt. Und dann quatscht dir halt jemand irgendwas vor. Und dann sind die 20, 25 Minuten rum. Und dann sagst du, ja geil. Und wenn du dann noch die Muse hast, schreibst du hin, mehr. So funktioniert halt die Community. Hier. Da schreibst du. Au, au. Von wo? Von ganz da hinten. Nice. Das ist wirklich unverschämt nice. Hey. Was für ne... Au. Alter, was für ne miese Stelle du. Boah, alter. Wow. Yo. Was ist das denn für ne miese Abzocke da hinten. JJ, ja, so ist das. Das ist interaktiv. Ey, guck mal, wie viele Leute kommen in den Chat rein und fragen, ist das live? Weißt du? Wir haben halt einfach eine YouTube-Community. Da ändert auch eine Facecam nichts. Da guckst du blöd, ne? Tja, mir steht eben dein Hütchen besser als dir. Ja, aber mit der Kamera, da war auch noch keine Wirtschaftskrise. Inflation und so, die Leute sind mürbe. Geld hat eh keinen Mensch mehr. Sind alle arm und abgebrannt. Das waren andere Zeiten vor ein, zwei Jahren. Da war die Welt halt noch eine andere. Leider kann ich nicht so weit werfen, oder? Ich versuch's mal. Ich kann's mir aber nicht vorstellen, dass ich so weit werfen kann. Ey. Das ist so ätzend. Oder vielleicht kann ich das mit meinem Bogen. Probier's. Boah, es wird aber lange dauern. Der Bogen ist halt kein Hammer. Ah, wäre ich jetzt eine richtige Fernkampf-Klasse? Also mit Magie zum Beispiel. Easy. Ich mein, der Bogen ist schon gemein. Oh, ho, 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 runtergestürzt. Nice. Ist alles in Waffen und Munition investiert. Ja, siehste, ich hab gar keine Waffen und gar keine Munition. Ich bin ausgeliefert. Wenn die Rote Armee an meine Tür klopft, kann ich sagen, ja. Heil Putin. Oder wie auch immer dann an der Macht ist. Kann ich nur eins. Das Fähnlein im Wind spielen. Gibt's dann auch so'n, 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 so'n Mitgift-Hauptfeldwebel? Ne? Opa's altes Jagdgewehr. Sportcoach hat Geburtstag. Alles Gute, Sportcoach. Genieße das Älterwerden. Happy Birthday. So'n Etui mit... Mit Munition und einer... einer kleinen Waffe. Die Gebühr. Auch jetzt schon hier Gebühren. Ich hab schon mal ein Bild von dir auf Insta bekommen. Ja, das stimmt. Irgendwie geißelt sich hier oben jeder selbst. Sich selbst die Fresse zu polieren, ist aktuell gerade der letzte Schrei in der Gegend. Irgendwo hier pennt noch ein Kötzer. Ach, warte mal. Ich muss nur noch meine Kraft holen. Ich laufe hier durch die Gegend. Wo ist eigentlich meine Kraft? Meine Kraft! Muss ja doch eigentlich irgendwo hier sein. Hier bin ich doch gestorben. Ne? Hier. Die ist echt weg? Ach, klar. Der Typ hat mich getötet. Ah, okay. Naja, ist es wirklich eine arbeitslose Zeit? Man kann auch fairerweise sagen, es könnte ja auch sein, dass hier Menschen, ähm, gerade von der Arbeit kommen oder noch zur Arbeit müssen. Kannst ja gar nicht sagen, ob das jetzt eine arbeitslose Zeit ist. Finde ich schon ziemlich doof, die Aussage. Nicht jeder geht irgendwie um sieben aus dem Haus heutzutage. Schon gar nicht mehr. Genügend Menschen, die kommen, wenn andere gehen, nach Hause. Oder haben jetzt ihre Freizeit. So, wo war jetzt hier der Schütze? Noch ein Balkon höher oder was? Ah, ne, der war hier drüben. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Ich hab gesehen, da war noch was. Aber ich will mir erst meine, meine, meinen Juice wiederholen. Da kannst du irgendwie auch noch entlang, hab ich gesehen. Irgendwo hier oder so. Und schon bin ich drin. Aber gut, holen wir erst mal den Juice. Oh, eine Truhe. Mehrschüssige Armbrust. Klingt sexy. Krug der Äbtistin. Okay, hier kann man zurück. Was gibt's hier? Au! Och! Spiel, Alter! Come on! Come on! Und die Entwickler wieder so Ha, ha, ha! Voll lustig! Ha, ha, ha! Er muss den ganzen Weg wieder gehen. Ha, ha, ha! So ein Wichsladen, ey. Das machen die Entwickler dabei. Unter jedem Helm ein Entwickler. Hast du gesehen? Ha, ha, ha! War lustig, oder? Ja. Ja. Ist die Strahle Oma jetzt wieder da oben, oder ist sie weg? Boah, die ist wenigstens tot. Ah, die krieg ich hier nicht. Na, wenigstens eine Sache. Leg dich hin. Aber da... Na, es geht. Nicht du schon wieder. Bam. Oh, wow. Ist er tot? Ich glaube, der ist weg. Alter, das war ein Banger, ne? Das war ein Banger, du. Boah, die hält auch mittlerweile irgendwas aus. Spukirella. Oh, guck mal, da ist noch was drin. Wein. All right. All right. All right, all right, all right. So. So. Da drüben geht es anscheinend noch irgendwie ein ganz eigenes Gebiet. Verbesserter. Verbesserter Giftwurf-Sperren. Meine Tür klingelt. Habe ich jetzt eigentlich eh nicht so Bock drauf. Wie viele Stunden im Spiel? Ich weiß es nicht. Warum klingelt es denn immer, wenn ich... Nee, das ist wieder irgendwas für ein Nachbar. Drauf gepupst. Da ist keine Zeit dafür. Und hier bin ich gestorben, weil mich so ein Vieh weggebombt hat. What is this? Kann man öffnen. Sieht aus, als wäre da gleich ein Boss drin. Wischt was? Ich gehe auf Nummer sicher. Ballern wir hier sowas rein. Die beten die heilige Kiste an. Hilft ja nix. Nachbar lurkt. Alle sind am lurken. Die verlassen sich alle darauf, dass ich immer jeden Scheiß annehme. Ach, schon an derselben Stelle? Wie kommt man denn da durch? Wo ist das Drecksvieh, was sich da reinbombt? Das Spiel hat einfach unfaire... Unfaire Drecksstellen, ne? Worüber habe ich das hier platziert? Weil ich wusste, dass mir hier jemand auf den Sack gehen will. Das ist doch irgendein so ein Gremlin. Wo hängt der denn? Du da. Du bist es. Genau du bist es. Okay, was bringt das hier? Boah, das war ein knapper Sprung. Oh ne, dahinten steht auch noch ein Reaper. Oh, da gibt es auch noch was. Mann, diesen Hammer muss man einfach lieben, ne? Die Maxus. Gottloser Nuhuta-Ring. Wer kennt den nicht? Den guten alten, gottlosen Nuhuta. Oh, ein Auge. Alter, was geht da ab? Irgendwas krasses? Machen die vor meiner Haustür? Also ich höre etwas krasses. Okay, dann war das hier nur so ein bisschen optionales Gedödel. Auge, nein? Oh, was geht das? Also, wir gehen. Was ist das? Wer stöhnt denn hier die ganze Zeit? Die Optik ist halt so viel geiler als den Elden Ring. Also, klar, Elden Ring hatte bestimmt auch seine Momente. Aber das hier turnt mich irgendwie mehr an. Wäre genauso mein Ding in so einer christlichen Sex-Hölle irgendwie. Wo kann ich mich einschreiben für die christliche Sex-Hölle? Obwohl... Mit erwachsenen Menschen. Christliche Sex-Hölle mit erwachsenen Menschen. Muss man ja heute noch dazu sagen. Was ist denn hier los? Hassen wir uns jetzt alle? Was ist das jetzt hier für eine Braut? Ich mach mal mit. Moment, die sind alle irgendwie jetzt Feinde? Dann lassen wir uns doch erstmal die Show hier ein bisschen... Ach, da oben wird gestöhnt. Leidenschaftliche Jägerin der Abenddämmerung. Was hat der eigentlich für einen spritzigen Hammer? Mein Hammer spritzt nämlich nicht so rein. Hey, hey! All right! Wo ist sie hin? Yo, El Jefa! Der war einfach da. Ich hab niemanden gerufen. Keine Ahnung, warum der mit mir kämpft und bei dir nicht. Sünder verurteilt. Stöhnen die da oben? Haben die da oben richtig Spaß? Weil es hört ja gar nicht mehr auf, ne? Das Rumgestöhne. Der Hammer ist zu OP. Das ganze Build ist irgendwie übelst OP. Hätte ich jetzt noch starke Magie? Ich glaub, dann wär ich... Hey, ganz langsam hier. Au! Gibt es Schwierigkeitsstufen bei Souls-Like-Spielen? Nein. Die Schwierigkeit ist eigentlich die Ausrüstung, wenn man das so will. Ja, wenn du jetzt halt sagst, ey, ich spiel mit einem Gammelmesser... Und ich zieh keine Rüstung an, dann ist das Spiel halt tausendmal schwieriger, ne? Also in Souls-Like kannst du dir selbst deinen Schwierigkeitsgrad wählen. Ach Gott. Wo wär' ich nur ohne dich? War dann vielleicht hier oben? Machen wir mal, hier geht's ja auch nochmal nach oben. Mal gucken, was da ist. Oh, nice. Oh, nice. Blutende Waffe. Wie kann man eigentlich die Farbe seiner Ausrüstung verändern? Ich hab gesehen, das geht nämlich auch. Oh. So. Im Main-Menü oben kannst du's auswählen. Im Main-Menü? Okay, warte. Ah, Tinkets. Boah, das sieht nice aus. Cool. Jetzt hab ich ein goldenes... Mützchen. Mama wäre stolz auf mich. Ach, da ist die Gebetsbande, ne? Ah, jetzt visiert er wieder den Hinten an. Das ist der wahre Feind, du. Ach, man kann dann nochmal... Warte mal, das guck ich mir gleich nochmal an. Ich muss erstmal aus der Welt hier raus. Moment. Oh, man. Du, 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 du. Oh, man. Ach, cool. Der Güldener. Das geil ist halt dieses Umstoßen des Hammers. Das ist so extrem stark. Dornenmaske der Buße. Äh, das... Ne, des Büßers. Okay, jetzt bin ich Gülden. Gülden ist nice. Ihr habt also einen Parasiten. Ihr habt Flöhe. Ritter. Oh, ich laufe da halt auch immer rein. Oh, es ist hinter mir. Irgendwas ist hinter mir. Du bist auch noch mit rum. Wow. Oh, hinter mir ist eine ganze Armee gewesen. Ah, die Knuddel-Motte hat mich wieder erwischt. Die alte Knuddel-Knutsch-Motte. Es ist Hammer-Time, Baby. Forever Hammer-Time. Viel Spaß an alle, die arbeiten müssen. Macht das Beste aus der Woche. Und aus diesem Tag. Ja, ich weiß, dass man die Motte ganz gut erkennen kann. Aber irgendwie, ihr wisst ja, wie es ist. Man ist dann irgendwie so on the fly. Und die Motte denkt sich so, geil, Mann. Erstmal Idioten snacken. Ich habe mich trotzdem noch erwischt. Alter, dieser Schuss ist richtig wild, ne? Thank you very much. So, wo ist die Schützin da hinten? Wir haben doch super viele gespielt, Souls-Games. Und wir haben Demon's Souls PS5. Wir haben Bloodborne. Ich habe auch Dark Souls-Spiele gespielt. Ich habe hier auch mal Let's Blade. Aber das war zu so einer Zeit, wo das so eine Ads-Community war. Jetzt mittlerweile ist es ja so im Mainstream angekommen, dass ja jeder Souls-like-Spiele spielt. Aber früher war das halt so eine richtige Ads-Community. Ich meine, YouTube hat sich Gott sei Dank... Das ist das Einzige, was ich gut finde. YouTube war früher mal so ein bisschen elitärer gebürstet, in vielerlei Hinsicht. Ich muss den Judge-Cleric sehen, auf einem Fall der allgemeinen Urgenheit. Bitte, steh auf. Unsere immaculate Frau will nicht, zu beurteilen, Pieta. Diese Krankheit, diese Korruption, die Sprengung über die Königkeitschaft, ist aus Kontrolle. Und unsere Effizien, um es zu beurteilen, haben sich in eine kallische, aberzulässige Menschen, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge-Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoned. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving their souls to be undeserving of salvation. After all. Okay, hier ist nochmal ein Aufzug. Ja, was ich sagen wollte, ich habe auch Dark Souls Let's Played. Es waren so sechs, sieben Folgen, da habe ich gedacht, nee, presse ich mir nicht. Das war zu der Zeit, wo halt das Ganze noch so super elitär war. Was? Erstens, die einzige Klasse, die man spielen darf, ist ja schon mal der Bettler. Zweitens, wer dieses Schwert verwendet, den kann ich schon mal gar nicht ernst nehmen. Das Schwert hat nämlich einen Pedder und einen Backstep, der voll unfair ist. Wenn du da nämlich richtig dodgst und richtig stichst, bist du ja viel zu stark. Und heutzutage ist es Gott sei Dank nicht mehr so, aber es ist so ätzend gewesen, die Community. Ich habe Demon's Souls damals auf der PS3 schon gespielt, als ich noch gar nicht an Let's Playen gedacht habe. Das beste Souls-Game für mich persönlich ist Demon's Souls. Ich weiß nicht, ich finde die Atmosphäre immer noch am geilsten und ich fand auch das Remake Ultra. Demon's Souls ist immer noch mein Favorite. Einfach ein geiles Spiel. Ja, aber dann, weißt du, dann denke ich mir auch so, Leute, das hat doch gar keinen Einfluss auf euer Spiel. Ja. Ja, aber weißt du, das hat doch überhaupt gar keinen Einfluss Ich meine, das ist ja nicht so, dass du anderen Menschen das Spiel vermisst Wenn du ultra kranke, super sicke Speedruns machen willst, dann machst du das Und kannst ja da deine Rahmenhandlungen festlegen Es gibt ja auch Leute, die haben alle Souls-Games Also ich glaube Demon's Souls fällt noch mit rein Demon's Souls und die Dark Souls-Spiele Haben sie ja auch alle durchgespielt, ohne einen Treffer zu kassieren und so ein Kram Ja, wenn es jemand machen will, do it Do it Und wenn jemand halt nicht so der Crack ist, der dieses Spiel auswendig lernt Dann verdammt noch eins, respektier's doch Ja, es ist ja auch kein PvP-Game, wo du sagen kannst Ja, aber ist ja voll unfair Es geht dich doch einen Scheiß an, wie jemand sein Spiel durchspielt Und dann denke ich mir auch so, ja, aber sowas will ich nicht gucken Ich möchte jemanden gucken, der das Spiel halt nur mit der bloßen Faust durchspielt Ohne Rüstung und nur rückwärts läuft Ja, dann guck dir den doch an Wenn es den im Internet gibt Habe ich nie verstanden So diesen unnötigen Hass immer Das ist genauso, wie ich auch kein Competitive Multiplayer-Spieler mehr werden kann Boah, die Trolla ist tot Die Zeiten sind für mich durch Nicht, weil ich jetzt sagen würde, ähm, es gäbe kein Spiel, wo ich nicht vielleicht irgendwie richtig gut drin werden könnte Das glaub ich gar nicht Klar bin ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste Und die Reflexe, die, die, die bauen irgendwann ab Das ist, das ist einfach, das ist einfach so Aber es gibt ja auch Spiele, wo du nicht super die Reflexe brauchst Dann kannst du ja trotzdem richtig gut werden Ne, und Ich hab aber die Zeit nicht Ich hab die Zeit nicht Alleine wie viele Steuerungen ich in meinem Gehirn brauch Für so einen Aufnahmetag Ich muss Spider-Man spielen Ich muss Starfield spielen Ich muss, ähm, Party Animals spielen Ich muss Phasmo spielen Ich spiele Lords of the Fallen und so weiter und so fort Wenn dann irgendwie so ein Schwall Spiele kommt Ein Assassin's Creed und alles in meinem Kopf, ne Ich hab nicht die, die Zeit zu sagen Ich such mir ein Spiel raus Und das trainiere ich Das trainiere ich gnadenlos Bis ich jeden Winkel der Karte auswendig kann Als ich noch gar nichts mit YouTube oder irgendwelchen Ich nenn's jetzt einfach mal journalistischen Tätigkeiten Ich hab ja davor, wie gesagt, ähm, erst geschrieben Bevor ich Videos gemacht habe Als ich damit noch gar nichts zu tun hatte War ich ein ultimativer Strategiespiele-Crack Was die Blizzard Games angeht Warcraft 3 hab ich gesuchtet bis zum Gehtnichtmehr Und hab die Seasons auch mitgespielt Und hab da auf, äh, Ränge geschwitzt und so weiter Ja, ich hab da die Untoten in- und auswendig gekonnt Ah, die kommt wieder Boah, Alter, dieser Laserbeam ist aber auch Der, aber der Mother-Elef-Move Die Alte ist echt ein mieser Richtig mieser Gegner Dieses Bleeden ist Ja, unsere Gesellschaft hat irgendwie Dieses, diese, diese Wahnvorstellung Dass sie auch überall kommentieren Müssen, ne Das merke ich auch im echten Leben Alle denken, sie müssen ja Ihre Scheißmeinung zu irgendwas geben So ist halt unsere Gesellschaft Alles Experten Ich weiß noch, als der Ukraine-Krieg losging Was ich da für Kommentare lesen musste Ab und zu, wenn ich mir die Nachrichten Angeguckt habe Ich verstehe, warum man unter Nachrichten Auch die Kommentare deaktiviert Ja, viele heulen ja dann rum Wegen der Meinungsfreiheit Aber was du da alles liest Gib mir eine Waffe Und fünf gute Mann Und ich würde Putin In seinem Sitz direkt eliminieren Ich hab ne Seals-Ausbildung Ich bin neun, weißt du so Ja, oh Gott Heutzutage ist jeder Militärstratege Anwalt Chirurg Und Astronaut in einem Die Welt ist so ätzend anstrengend Ich glaub, die waren schon immer so ätzend anstrengend Nur im Internet lebt halt alle aus Ich bin froh, dass ich kein Kein Fitness-Influencer oder sowas bin Das ist auch so ein Also heutzutage ist auch jeder Fitness-Trainer Jeder, der einen Artikel über Kreatin gelesen hat Kommt direkt her und sagt Ja, aber ich hab gelesen Ne So ein kleiner, unbekannter Gaming-Youtuber zu sein Ist schon echt angenehm Genießt man schon irgendwie Früher dachte ich, es wär anders Boah, Mario Bros Wonders Das hab ich mit meiner Freundin angefangen Aber da hab ich auch überlegt, ob ich das noch streamen soll Super Mario Aber ich weiß nicht, ob die Leute das geil finden So als nächstes Streaming-Ding Super Mario morgens streamen Doch, ich bin klein und unbekannt Glaubt mir Auch wenn ich da irgendwie Ein paar Abos hab Und die Leute, die Videos klicken Kein Arsch kennt Kies schon Das ist kein Selbstdiss Das ist einfach so Und ich bin da echt froh Irgendwie auch auf eine gewisse Art Dass ich da nicht im Rampenlicht stehe oder so Das ist schon echt angenehm Jetzt, wo ich mal ein bisschen Kontakt zu großen YouTubern hatte Und auch mal so einen So einen privaten Einblick bekommen hab Kann ich, denke ich mir auch so Ich hab gelernt Das, was ich vielleicht hätte haben wollen Ist doch nicht so geil Hab mir oft gedacht Hättest du mal früher Ich hatte früher wirklich viele Angebote Auch so Komm vor die Kamera Und Und Wir können dich zu dem Format einladen Und hier einladen Ich hab immer irgendwie Keine Ahnung Ich hab's einfach nicht gefühlt Und jetzt mittlerweile denke ich mir War doch ganz gut So wie's ist eigentlich Anonymität ist ein hohes Gut Und macht vieles Sehr viel entspannter So Wo ist jetzt schon wieder der Weg Wo ist der Weg Hier Ja, es ist so Ich bin der bekannteste Unbekannte Unbekannte Let's Player Sag ich immer Ich bin einfach nur ein Geist Naja, aber was bedeutet es schon bei Instinct zu sein Das ist auch nur ein Management Nur weil ich da bin Heißt das nicht, dass mir die gebratenen Tauben In den Mund fliegen Wie man so schön sagt Ja, das ist wie wenn Wenn du ein Schauspieler bist Und du bist im selben Management Wie Brad Pitt Das heißt ja nicht, dass du dann Auf einmal Brad Pitt's Drehpartner wirst Automatisch So Das war nur so ein optionales Ding Also geht's hier gar nicht weiter Draußen auf dem Hof geht's weiter Gehen wir mal raus auf den Hof Also das ganze Ding hier war im Moment Nur ein optionales Gedöns Oder was Hier geht's weiter Da Kann man da rein Was gibt's hier Nothing Lampe nicht vergessen Die ist an Ach da ist Guck mal Hey War auch leicht übersehen Da geht's weiter Du Wer bist du? Ich habe versucht Oh mein Gott Du kennst das besser als jeder Ich habe versucht für so lange Und in so viele manche Verzüge diese Leute sehen dass was ich ist das beste nicht nur für diese König aber für das ganze Welt Ich weiß Adir und die Rogar besser als Und sie haben Der Rogar Es geht auch viel Spaß beim Zocken Wenn du kannst Ich bin dein wunder Kanzler Aber deine Presence still bringt mir Kraft und das ist was ich jetzt Die Kraft um zu tun was muss Ich werde sie schützen Auch wenn es muss von ihnen sein Direkt hier der ganze Fanclub Okay Die ist weg Yikes Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Das ist nicht gut Das ist nicht gut Oh Das ist auch nicht gut Ich habe nicht gesehen dass da noch eine kleine Lücke ist Ah Super Einhorn Diva Was geht Das Einhorn das mich eines Tages wahrscheinlich verschleppen wird Na wenigstens bin ich hier Ah nein Die Tuse ist wieder da Oder Ne die Jetzt ist sie weg Davor Ah ne Jetzt ist sie hier nur Tja Guckste blöd Kleine süße Hämmerchen sind eben fies Noch eine Ach ja stimmt Oben war ja noch eine Oh Autsch Wenn ihr irgendwann nichts mehr von mir hören solltet dann bin ich Opfer von Einhorn Divas Verschleppung Au Och come on Ist ja gottgleich Die Drohla Ey gibt's nicht Gibt's nicht Echt jetzt Ich bleibe da wirklich nochmal an der Kante kleben Ich liebe diese Kante Deswegen gehe ich da immer wieder hin Das ist meine Meine kleine Kuschelkante Bei Einhorn Divas ist es eher so wie bei Misery Autounfall Sie will mich gesund pflegen Und dann werde ich Geschändet Was ist der beste Farmspot im Moment Ich habe am Anfang des Videos Einen Einen sehr guten erklärt Ich finde das ist im Moment Der beste Farmspot Wenn man die Waffe leveln will Meiner Meinung nach Aber es gibt auch irgendwelche AFK Farmspots Habe ich gehört Wo du gar nichts machen musst Da stehst du einfach nur rum Und Dann Fliegen dir Die Erfahrungspunkte Nur so ins Maul Aber wie gesagt Ich finde allgemein In dem Spiel Levelt man Sehr schnell Das geht super flott Du machst ein paar mal die Runden Und hast 10 Level In der Nähe von Frankfurt Ist schon ein Stückchen Also Hinkommen kann man Aber es ist schon ein Stück Das ist schon ein Stückchen Das ist wirklich ein Stückchen Da oben, wie komm ich dann den ran? Ah! Anscheinend mit Zeit oder so, hm? Na Kumpel, du hängst ja nur so ab, richtig? Ihr seht, Anon Diva plant schon mal eine Entführung, ne? Also ich wollte es nochmal betonen. Lockt mich nach Frankfurt, da kriege ich Schlag auf den Kopf. Dann wache ich auf in so einem geknebelten Latexanzug wie in Pulp Fiction. Oh Gott, die lebt. Oh, die kann am Augen hinten. Au! Oh, Schwester Oberen. Ey, lass mich doch mal auf die Beine. Ich komm nicht auf die... Ei, ei, ei. Können wir damit aufhören? Jetzt beide tot. Jetzt erstmal schicke Beinkleider. Hat eigentlich Elden Ring irgendwie Bosse recycelt und zum normalen Gegner gemacht? Oh Gott. Danke. Kapuze der Stille. Au! Oh, wir gehen gleich um die Welt des Reapers. Ah, hier ist eins. Ja, aber da haben die einfach nicht das Budget. Lord, ich glaub das ist ziemlich teuer hier. Gegner basteln. Wow. 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 Auf die Beine. Oh nein, das ist klemmig. Aber nicht durch. Ach komm schon. Was für'n Kack. Kirchenschlüssel. Für was ist der jetzt gut? Wahrscheinlich für unten am Tor, ne? Vielleicht bin ich tot. Weil die Alte mich wegshootet. Ich muss erstmal hier weg. Au! Ja, da war auch eine Reichweite. Die alte Hexe. Menschen, die sagen, dass sie nicht beißen, sind immer die bissigsten, ne? Yikes. Und geh weg. Alright, alright, du kannst das auch, hm? Ja. Au! 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 Wo ist sie? Oben. Kann ich jetzt hier rein? Ja. Oh, jetzt kommt bestimmt irgendein Boss und ich hab wieder gar nichts dabei. Kann ich nochmal zurücklaufen? Das ist sowas von Boss-Area, oder? Ich heil mich nochmal. Dann sprinte ich so gut ich kann durch. Obwohl, durch Sprinten ist schwierig. Obwohl, durch Sprinten ist schwierig. Ah, die hier muss sterben. Ah, die hier muss sterben. Nein! Hör auf! Die macht einfach zu viel Damage. Nee! 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 Bei mir allein! Ich geh direkt in die Kirche. Gib mir nen Boss. Autsch! Was war das denn? Okay, voll rein, ha? Aberrant Kind, du wirst keine Frieden wissen. Ja, aber nicht clever genug. Okay. Okay, 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 okay. Okay, was ist das jetzt? Au. Boah. Au. Auf. Was ist das? Pfeilhakel Autsch, Autsch, Autsch Wow, was war das denn? Jetzt muss ich meine Unsterblichkeit kurz nutzen, die ich hab Nicht mehr so hot, ne? Die Kirchenjohle Ah, keine Muni Und da hinten ist auch das Ende Der Karte Ach Mist, jetzt hab ich mich noch verdrückt Mein Beutel da unten ist so voll Ich bin wieder am Ende der Karte Was ist das jetzt? Oh Alter, diese Waffe Ey, ne, das ist Ich darf die nicht mehr einsetzen Das ist zu krass Das ist ja wie eine Atombombe Ui Boah! 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 Da haben wir ein paar nette Moves. Boah! Weg! Weg! Boah! Na ja, natürlich gehst du jetzt nochmal weg. Au! Boah! Jetzt wird's aber unangenehm, du. Eieieiei! Guckst du blöd! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Herzlich, der verlorene Sohn! Der verlorene Sohn! Ja, ich schreib dir später noch. Wenn der Stream vorbei ist. Aber ich denke, es sollte klappen. Dann läutern wir mal hier. Dann läutern wir mal hier. Zwei. Sterzig und Jack. Der Sterzig ist aus einer anderen Ehe. Ja. Oh Gott! 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 Und die lebt sogar noch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Anscheinend wird das mit uns beiden nichts. Erstmal zwischen ihren Beinen durch, ne? Floying. Weh, wir geiten hier noch rum. Was schmatzt denn hier noch fröhlich vor sich hin? Beiden hier. Yo, Sister Act. O.P.S.Fuhr. 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 Schwert. Au. Ah, jetzt stecke ich wieder in der Trulla drin. Das Schwert oder das Inferno-Schwert? Weil das Inferno-Schwert, davon schwärmen wir im Moment alle. Das soll das Stärkste sein. Ja, da musst du halt richtig auf Inferno skillen. Also die Leute meinen, da muss man richtig reinwämsen in Inferno. Schön 80er Inferno oder sowas. Halt Stärke und Agilität gar nix. Und richtig Inferno buddern. Inferno und Vitalität. Ja, du kannst sogar zwei Riesenschwerter haben. Ich könnte jetzt hier einfach das hier noch mitnehmen. Da bin ich aber auch super schwer. Beide hier. Bam. SJG0 Dankeschön für die kleine Unterstützung hier. Das andere habe ich halt noch nicht wirklich gelevelt. Nun, aber für heute sind wir auch wieder mal durch mit Lords of the Fallen. Ne? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich bedanke mich natürlich wie immer für eure Unterstützung hier im Stream. Fürs Zusehen. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, dann lasst auf jeden Fall jetzt eine Bewertung da. Schreibt noch einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht für die, die es wirklich bis zum Schluss durchgeguckt haben. Hashtag Hammer Time in die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss!